Pannetun. Jo meine Freunde was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf KuchenTV Uncut. Der gute Monte hat auf mein Sinan G Video reagiert, der Ehrenmann und das nehmen wir natürlich mit. Als erstes gucken wir, das thumbnail ist bodenlos, das Video von meinem allerbesten jutzten Freund und zwar Sinan G. Wenn ich so ein guter Freund für dich bin, warum drehen wir keinen Kaffee und Kuchen? Jesus, Pico-Skandal ist krank, Kuchen-Talks. Jo Freunde der Rapmusik. Das Video ging auch mega ab, ne? Ich hab das jetzt nicht so mega krass verfolgt, zumindest nicht so was die Vorwürfe angeht, weil das letzte Mal, was man so mitbekommen hat mit dieser Audioaufnahme, wo irgendwie Dinge gesagt worden sind, das ist ja auch mittlerweile schon ein Jahr her, Da war ich, als das Thema auch aktuell war, auch aktuell drinne, hab aber vieles auch vergessen, weil es einfach dann irgendwo auch in Vergessenheit in meinem Kopf geraten ist und andere, wichtigere Dinge abgespeichert worden ist. Aber ich geh mal davon aus, dass unser Kollege Kuchen, das uns nochmal hier aufentspannt erzählen wird, was da passiert ist. Wieder einen heftigen Skandal rund um das Thema Sinan G. Sinan G ist eigentlich ein Rapper und auch Twitch-Streamer, der in letzter Zeit sogar sehr erfolgreich ist, von dem als... Uh, sein Statement hat aber ganz gut Dislikes gefressen. ...weilerdings in letzter Zeit immer sehr perverse Videos veröffentlicht werden. Unter anderem werden immer wieder Videos veröffentlicht, wo er sich selbst befriedigt und sich alle möglichen Dinge hinten reinschiebt. Darum soll es aber nicht gehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen pervers, aber ganz ehrlich, jeder soll seine Sexualität... Wurden wirklich Videos veröffentlicht, wie er sich Dinge in *** reingepfeffert hat? Metall, ***, jetzt Real Talk? No Joke? Das ist ja unangenehm, Digga. Ich glaube, ich kaufe mir mal so ein Prostata-Massagegerät. Ich finde es nicht unangenehm, dass man das macht, weil jeder kann in der Sexualität machen, was er möchte. Ich finde es unangenehm, wenn ich mir vorstelle, so ein Video würde von mir im Internet für jedermann sichtbar sein. Das ist, finde ich, ziemlich unangenehm, Digga. ...einfach so ausleben, wie er das für richtig hält. Er schadet damit ja keinen anderen. Außerdem muss man sagen, dass Männer im Gegensatz zu Frauen halt einen G-Punkt haben. Also ich habe noch keine Frau gefunden, die einen hatte. So, und der liegt leider am Hintern. Ist auch wirklich sehr weird gemacht. Warum ist das eigentlich so? Warum liegt der G-Punkt bei Männern im Hintern? Das macht gar keinen Sinn, oder? Wo würde ich den hinpacken? Hm, vielleicht so generell an den Hoden einfach, so an der Haut von den Hoden so, dass wenn du halt so erregt bist, dass dann halt da so ein bisschen ein Ding ist? Würde viel mehr Sinn machen eigentlich, ne? Und ich habe gehört, dass der Orgasmus besser sein soll, wenn man sich hinten was reinsteht. 100% ist der Orgasmus besser, wenn man hinten auch mal ein Schiff im Hafen parken lässt. Vertraut mir. ...hat mir 61 Minuten Sex erzählt. Der Geil-Ziel ist besser, okay? ...der allerdings nicht mehr existiert. Nur diese perversen Videos wären jetzt natürlich... Was sonst kein Platz mehr. Weißt du, Gott, er schafft so den Menschen es so fertig. Ach, Digga, der G-Punkt, der habe ich jetzt ganz vergessen bei den Männern. Wo packe ich den denn hin, Alter? Scheiße. Würde es da nicht eine 11-Minuten-Aufnahme geben, wo er die ganze Zeit die zweijährige Nichte seiner Ex komplett sexualisiert? Ich spiele euch hier mal einen ganz kleinen Ausschnitt rein. Ist das das Video von vor einem Jahr oder ist das ein aktuelles Video? Okay, das ist das Video, was vor einem Jahr aufgetaucht ist. Ich habe das Ganze aber so verändert, dass man das nicht mehr darauf in Bezug bringen kann, weil sowas möchte ich hier natürlich auch nicht verbreiten, aber nur damit ihr wisst, worum es ungefähr geht. Ich bin da noch da. 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 Ein Teil dieser Aufnahmen wurde bereits letztes Jahr geleakt. Ich will mal so sagen, man muss immer vorsichtig sein, ne? Vor allem, was würdet ihr ekelhafter finden, wenn ihr jetzt ein... Gut, jetzt eher nicht... Wenn ihr eine Frau wärt, oder vielleicht seid ihr auch eine, die beiden hier im Chat sind, wenn euer Partner darauf stehen würde, dass ihr ihn anal befriedigt mit den Fingern oder wenn er auf Füße steht und ihr ihn mit den Füßen herunterholen müsst. Also müsst ihr natürlich nicht, aber wenn er drauf steht... Da bin ich ganz offen und ehrlich nicht, weil ich davor Angst habe, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, auch unbedingt Palabra. Gerade in der deutschen Rap-Szene, die Leute denken immer, die wären irgendwas und ein, zwei Anrufe und man wäre eingeschüchtert. Ich will jetzt Sina und G nichts unterstellen, ganz im Gegenteil. Aber man muss immer nicht aufpassen. Aber ich habe gar keinen Bock, Palabra mit irgendwelchen Alten im Allgemeinen zu haben, egal auf wen bezogen. Deswegen will ich mal so sagen, wenn es das ist, was es wohl sein soll und sich das als wahr herausstellt, ist das, was ich dort gerade höre, maximal widerwärtig, Digga. Muss das ganze Video sehen? Nee, keine... Ich bin nicht scharf darauf, mir Videos anzuhören, wo es anscheinend angeblich darum geht, dass ein erwachsener Mann sich daran ergeilt, eine Zweijährige zu sehen, wenn es wahr ist oder halt auch nicht. Ich bin kein Richter. Damals hat man aber einfach gesagt, ja, kann ja zusammengeschnitten sein und so weiter. Im neuesten Statement von Sina und G, was auch gerade mal 50.000 Dislikes hat, ist er auch nochmal darauf eingegangen, warum das Ganze denn jetzt wieder veröffentlicht wird und dazu sagt er folgendes. Nacktaufnahmen, Tonmitschnitte mit meiner damaligen Affäre, die über... Weil mir das eine Affäre ist, muss eher fremdgegangen sein eigentlich, ne? ...einen längeren Zeitraum mit mir, äh, als ich was mit ihr hatte, das halt heimlich ohne mein Wissen aufgenommen hat. Ja. Was soll ich euch sagen? Scheibchenweise, von damals bis heute immer wieder was rausgehauen hat. Anscheinend wird er von der Person erpresst und bedroht, hat dafür jetzt aber auch keinen Beweis oder sowas. Sollte das natürlich so sein, ist das absolut widerwärtig und ich persönlich finde es auch generell weird, Leute privat aufzunehmen. Also jetzt klar, mit der Nichte kann ich das noch verstehen, dass man sowas sichern möchte, aber diese ganzen anderen Videos vor sich selbst befriedigt, das muss halt einfach nicht sein. Ja, richtig. Es hat mir auch mal eine Person einfach ein Sextape von ApoRed angeboten, wo ich auch so meinte, yo Bro, was juckt mich das, was er privat macht? Warum sollte ich sowas nutzen und veröffentlichen? Das sind einfach Dinge des höchst privaten Lebensbereiches und sowas muss einfach nicht sein. Ja, der einzige Punkt ist, wo man vielleicht sowas, naja, nicht veröffentlichen sollte. Wenn man, wenn man Dinge heimlich mitfilmt oder ähnliches, dann nur um, finde ich, Straftaten beispielsweise zu sichern. Gehen wir mal jetzt als Beispiel davon aus, was jetzt nicht ist. Nehmen wir es nur als Beispiel. Dieses Video, was Kuchen da angeboten worden ist von ApoRed, wie gesagt, ist das nur ein Beispiel. Wäre jetzt ein Video, wo er nachweislich mit einem minderjährigen Geschlechtsverkehr hat. Dann ist es natürlich ein Video, was man sichern sollte, beziehungsweise dann aber auch nicht im Internet veröffentlichen sollte. Alleine schon, um das Opfer zu schützen, sondern damit dann zur Polizei gehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass das, was er zur Nichte gesagt hat, halt wirklich absolut krank ist. Ich verstehe es aber auch generell nicht, warum. Also wenn du jetzt halt keine bekannte Person bist, okay, ja, dann kann ich es gleich noch eher verstehen, wenn du das machst. Aber warum, gerade als Influencer und so weiter, warum schickst du so Dickpics und so weiter rum? Also ich glaube, ich habe mehr Dickpics oder mehr Nacktbilder von männlichen YouTubern geschickt bekommen, als von Frauen. Wirklich, also keine Ahnung. Zemex hat auf jeden Fall mal welche rumgeschickt. KSFreak hat auch mal welche rumgeschickt, auf jeden Fall. Ja, Synanji auf jeden Fall. Und es gibt noch so zwei oder andere, aber die fallen mir gerade nicht ein. Ich verstehe das nicht, weil, also heutzutage ist es doch, also mir, also an sich würde es mich nicht mehr stören, wenn mich jemand nackt sieht, aber es wäre schon irgendwie weird, wenn so ein Penisbild irgendwie rumgeht, keine Ahnung. Weil beim Fußball dusche ich auch mit meinen Jungs da, ne, und wir seifen uns ein, Digga, ist gut. Aber so, du weißt ja eigentlich, dass heutzutage da alles aufgenommen und gespeichert wird. Ich verstehe das nicht, warum man dann sowas rumschickt. Also das wäre mir viel zu gefährlich, dass man das da aufnimmt. Vor allem, also Synan ja auch wirklich, keine Ahnung, vor der Camp, Digga, befriedigt sich da selber, schiebt sich Sachen rein und so. Das würde ich niemals vor der Kamera machen. Also, er wollte ja, dass sie vor die Kamera geholt wird. Er hat explizit gesagt, was er mit ihr machen würde. Und das Ganze kann man auch nicht verteidigen. Vor allem, wie dumm kann man eigentlich als Mensch sein, dass man überhaupt sowas live vor einer Kamera macht? Hm, also in der heutigen Zeit, wo sowas ja gar nicht aufgenommen werden kann, wäre es, glaube ich, wirklich das Glückste, die ganze Zeit irgendwelche Videos vor mir rumzuschicken oder pidofile Sachen zu sagen. Was soll denn da schon passieren? Im Gegensatz zu vor einem Jahr kam... Anscheinend, wie gesagt, ich habe die Aufnahme nicht original gesehen, aber anscheinend sieht es da ja nicht so gut aus, ne? Was für mich da nicht in der Frage... Ich war auch schon horny, Alter. Bruder, wirklich. Und ich kann euch einen Tipp geben, Digga, als Mensch, wirklich. Ich kann euch einfach nur einen Riesentipp als Mensch geben. Wenn ihr horny seid, nutzt auf gar keinen Fall Tinder. Auf gar keinen Fall. Bruder, ihr nutzt das, keine Ahnung, so Tinder-Teil-Zwipe ein bisschen rum, keine Ahnung, so, ne? Dann befriedigt ihr euch vielleicht selber und dann am nächsten Tag habt ihr Matches und denkt euch so, oh, Digga, nice, drei Matches, Digga. Und dann seht ihr die und ihr denkt euch so, Bruder, auf gar keinen Fall, Alter, so gut zu euch mit Tinder holen. Also, ich bin nicht böse gemeint jetzt, ne? An alle Leute da draußen. Was ich mir auch frage, wenn das wirklich reale Aufnahmen sind, ich habe sie nicht gesehen, wenn das wirklich reale Aufnahmen sind, wo man nachweislich sieht und hört, dass dort ein kleines Kind von zwei Jahren benutzt wird dafür, um seine, was weiß ich für Neigung auszuleben, warum dieser Person in irgendeiner Art und Weise nach da noch Plattformen gegeben wird, wie zum Beispiel in einem Boxkampf oder ähnliches. Also, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder sind diese Aufnahmen, die wir da jetzt gerade hören, jetzt erst richtig veröffentlicht worden und vor einem Jahr, als die Aufnahmen schon mal veröffentlicht worden sind, waren nur Teilausschnitte und jetzt hat man erst die richtige, also, die richtige Wahrnehmung davon. Ja. Ja, das Ding ist halt, vorher war das, also, es war ja einfach nur so ein Zusammenschnitt, ne? Man wusste ja nicht, ob das jetzt, ob das so real ist, kann ja auch bearbeitet sein, aus dem Kontext geschnitten und so weiter. So hat sich Sinan ja letztes Jahr verteidigt, so, ne? Und damals war ja auch für alle irgendwie dann klar, so, ja, okay, safe, kann sein. Das kam ja jetzt nochmal hoch und jetzt, keine Ahnung, wurde das ja auch von Leuten irgendwie, die haben jetzt ja auch die ganzen Aufnahmen, also, ne? Das komplette Ding und so. Jetzt ist es halt glaub-, also viel, viel glaubwürdiger, so. Ich denke auch, dass die Aufnahmen anscheinend echt sind, so. Und, ähm, ja, ist halt schwierig, ne? Ah, okay, ah, ah, okay, okay, gut, 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 okay. Jetzt auch mehr oder weniger bestätigen, dass diese Aufnahmen... Lange jetzt einen Schätzer ab, mach doch mir hier auch, guck mal, was ist das, Alter, Junge. ...und auch nicht irgendwie geschnitten worden, sondern, dass das wirklich eine richtige Aufnahme ist. Vor einem Jahr hat man ja nur einzelne Wortfetzen quasi gehört und damals konnte man halt jetzt nicht sagen, okay, ist das aus dem Zusammenhang geschnitten, fehlt da irgendein Kontext, geht es überhaupt um diese Nichte, die zwei Jahre alt ist? Okay. Das Ganze war nicht wirklich klar zu sagen. Christian Stahl und sein Kinderschutzbund haben die ungeschnittenen Aufnahmen und haben die wohl auch von Experten untersuchen lassen und sind hier zum Entschluss gekommen, wie Bösemann in einem Video gesagt hat, dass die wirklich echt sind. Auch Bielash, der Kollege von Boogie, mit dem der einen gemeinsamen Podcast hat, ist ebenfalls irgendwie ausgebildeter Tontechniker und auch der hat von diesem Kinderschutzbund diese ungeschnittenen Aufnahmen bekommen, hat die auch nochmal angeschaut und hat dann folgendes Urteil gefällt. Es ist zu null Prozent möglich, dass es unauthentisch ist. Es ist alles bewiesen. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen gerade von mir behaupten und würde sowas auch vor Gericht unter Eid aussagen, ist überhaupt kein Problem, dass es uncut ist, ohne Schnitt und in einem Dialog und dass alle Sachen, die ihr da draußen kennt, tatsächlich auf ein kleines Kind zu beziehen sind. Auf die zweijährige Nichte. Ja, das ist schon, ich habe für vieles Verständnis und ich finde auch, man kann Menschen viel verzeihen und jeder macht Fehler im Leben. Ich habe auch Fehler im Leben gemacht. Bei mir ganz persönlich jetzt, mein persönliches Empfinden, da ist jeder ganz anders, aber ich hoffe, dass der Großteil mir da zustimmt. Bei mir hört es genau bei zwei Punkten auf. Das ist einmal Tierquälerei und ausgelebte Pädophilie. Da muss man ganz klar definieren, es gibt viele pädophile Menschen da draußen, die, das muss man, ich möchte niemanden in Schutz nehmen, aber Pädophilie ist eine Krankheit und entweder man entscheidet sich dazu, seine Krankheit behandeln zu lassen und sich Hilfe zu suchen, ärztliche Hilfe und ähnliches und also etc. etc. Und dass Pädophilie für uns alle... Hast du schon mal Fehler im Leben gemacht? Wird mir jetzt so spontan keiner einfallen, um ehrlich zu sein. Red Flag ist und wir da alle echten Hass drauf haben, ist verständlich. Aber ich habe deutlich mehr Respekt und Verständnis für jemanden, der offenkundig sagt, ich bin Pädophil, aber ich begebe mich in Handlung, möchte das auch nicht und habe auch noch nie etwas gemacht und gehe zum Arzt. Nein, mein erstes Mal war lustig. Ihr wisst, was ich meine. Anstatt, und da ist jetzt der nächste Punkt, Menschen, die ihre Pädophilie ausleben und sexuelle Übergriffe, sexuelle Handlungen an Kindern, Minderjährigen, also Teenagern und ähnliches ausleben. Das sind also Kindesmissbrauch und ähnliches und Tierquäler. Ich muss einfach so sagen, das sind Dinge, die kann man nicht verzeihen oder die kann man da... Also da, ja. Es ist keine Krankheit. Ja, safe. Also da würde ich auch sagen, also Tierquäler... Also ich gehe bei beiden Punkten mit. Tierquälerei geht natürlich ja gar nicht, ne? Außer wenn sie halt fürs Fleisch sterben, Digga. Also ganz ehrlich, klar, das Tier leidet jetzt ein bisschen und so weit. Digga, was ist denn los? Digga, wo kommt's? So, auf jeden Fall, ja klar, Tierquälerei geht nicht fit, ne? Außer, ja, Digga, mein Gott, dann quält McDonald's ein paar Kühe. Dafür haben wir aber einen leckeren Burger, so. Ich finde das noch okay. Ne? Aber jetzt Tiere, die wir mögen, ne? Wie zum Beispiel Hunde oder Katzen, ne? Die sollten natürlich nicht leiden im Leben. Bei Tierquälerei, äh, bei Tierquälerei, Digga, bei Pädophilie und so weiter natürlich das Gleiche. Ähm, ich sehe das wie Monte. Also, du suchst es dir ja nicht aus. So, ja, du suchst es dir ja nicht aus, ob du Pädophil bist oder nicht. Ähm, das ist leider angeboren, denke ich mal, oder so, oder weiß nicht, entwickelt sich das in der Kindheit. Auch gute Frage, wie ist das mit Fetischen? Das ist eine gute Frage, ne? Wenn jetzt einer auf irgendwas steht, ist das so von Geburt an einfach so vorbestimmt oder macht das die Erfahrung, Digga? Gute Frage. Ne, auf jeden Fall, du kannst ja nichts dafür, es ist nun mal einfach so. Und safe ist es natürlich das Beste, ähm, wenn du dir Hilfe suchst. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, dass man, ähm, äh, dass es halt auch schwierig ist, sich Hilfe zu suchen, weil auch wenn das rauskommt, bist du halt gesellschaftlich einfach tot, ne? Und ich meine, ich bin selber Vater, so, ne? Wenn jetzt, mein Nachbar, wenn ich halt mitkriege, okay, der ist pädophil, aber der ist in Behandlung, so, Bruder, ich würde halt alle Hebel in Bewegung setzen, dass der da nicht mehr wohnt. So, weil ja, er kann in Therapie gehen und er kann sich auch helfen lassen. Also, heilen kann man das ja, glaube ich, sowieso nicht, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, du lernst halt eher damit umzugehen. Bruder, da muss es nur einmal Klick machen, Alter, mein Sohn spielt irgendwie draußen im Garten, der wird weggeschnappt, Alter, und, äh, ja, wer weiß, was dann passiert. So, ne? Das ist natürlich immer, sag ich mal, noch das Problem, deswegen, glaube ich, trauen sich auch viele nicht, sich da halt Hilfe zu suchen, ne? Und, äh, ist natürlich halt, ist natürlich schwierig, ähm, aber ja, ne? Zumindest halt irgendwie dagegen vorgehen ist natürlich besser, ne? Und also, wie gesagt, auch gerade deiner Sprachnachricht, dann da irgendwie mit, über die zweijährige Nichte so zu reden, äh, ist es halt... Eventuell liege ich da auch vollkommen, vollkommen verkehrt. Ich weiß nicht, ich hab auch letztens von Y-Kollektiv, hab ich auch gesehen, die haben so eine Doku gemacht über, ähm, also war schon länger her irgendwie, in Kambodscha oder so, da gibt es so richtig Sex-Touristen, die dann halt Sex mit Minderjährigen haben halt, ne? Das ist da wirklich halt komplett normal, irgendwie so teilweise zwölf- bis sechzehnjährige. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dumm, aber was ist daran geil? So, zum Beispiel eine sechzehnjährige so, warum? Was, was, was geht da im Kopf vor, dass man sich so denkt, ja, mein Digga, das ist voll heftig, wenn ich jetzt was mit einer 16-Jährigen hab? Also, dann nehm ich doch eine 18-Jährige, die volljährig ist, die das im besten Fall auch nicht prostituiert ist, so, das natürlich, kommt auch noch dazu. Der, also, was, was ist daran anders? Ich versteh nicht, was Leute daran geil finden, so. Weil, also, der, ich versteh solche Leute nicht wirklich, keine Ahnung, Alter. Und das ist auch bitter, weil das ist halt ein richtiger Markt, so, ne? Da wird natürlich auch was gegen gemacht, aber halt auch viel zu wenig, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genug Dokumentationen oder Reportagen zu dieser Thematik gesehen habe, um behaupten zu können, dass Pädophilie eine Krankheit ist. Kann aber auch sein, dass ich da vollkommen verkehrt liege, dann muss ich mich da korrigieren. Ich glaube, Ärzte, äh, von Ärzten her wird das als Krankheit angesehen. Ich, ich kann das aber, ey, Diggi, ich bin, ich bin, ich gehe, ich gehe ganz mit dir. Es ist schwer für uns nachzuvollziehen, wie Pädophilie eine Krankheit sein kann, weil man sich einfach denkt, hör doch einfach auf. Und ich möchte das in keinster Art und Weise eins zu eins vergleichen oder auf eine Ebene stellen, aber als Mensch, der mehrere Suchterkrankungen durchlebt hat, der Alkoholiker immer noch ist, ich bin immer noch Alkoholiker, auch da den Leuten zu erklären, dass ich alkoholerkrankt bin und Alkoholiker oder alkoholsüchtig zu sein auch eine Krankheit ist, da hat man auch sehr viel Unverständnis von vielen Menschen dort draußen. Ja, oder, oder kann ich es mehr nachvollziehen, dass Pädophilie eine Krankheit ist, genauso wie Alkoholismus eine Krankheit ist? Ich will es nicht auf eine Stufe stellen. Habt ihr verstanden, was ich damit mal sagen möchte? Wir wollen jetzt hier nicht in den pädophilen Talk reingehen, aber ich bin der Meinung, und das ist jetzt nur einfach eine schnelle Meinung, die in meinem Kopf so ist, ich würde behaupten, dass Kastration bei Männern nicht das Problem der Pädophilie lösen würde, denn unabhängig davon, ob die jetzt einen Ständer schieben noch oder nicht, wird diese Neigung immer noch da sein. Du kannst den theoretisch gesehen auch beide Hände abschneiden und den Pädel abschneiden, die Neigung wird aber, die Neigung ist hier oben drin, verstehst du? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin definitiv dafür, dass Leute, die ihre Pädophilie ausleben, deutlich härter noch bestraft werden müssten. Pädophilie... Aber sollte auch mehr Angebote geben schon, dass das gar nicht jetzt dazu kommt, dass es ausgelebt wird, ne? Weil, also klar, Strafen sind immer gut, das Kinderleben ist aber trotzdem zerstört, auch wenn der von mir aus, keine Ahnung, lebenslänglich im Knast sitzt, ähm, ist das Kinderleben halt trotzdem kaputt, ne? Vergewaltigung, alles, was mit sexueller Gewalt und ähnliches zu tun hat, kann man nicht verzeihen, Digga. Die Leute bei YouTube, ich habe aufgehört mit elfmal, aber ich wollte zum Splash. Splash, Festivals Ausnahmen. In Urteilfällen kann man zumindest Stand jetzt davon ausgehen, dass diese Aufnahmen anscheinend wirklich echt sind und Sinan das tatsächlich alles gesagt hat. Das Geile ist ja auch, Roos ist ja der Bruder von Sinan G und natürlich versucht er ihn die ganze Zeit zu verteidigen, was... Ja, da habe ich ein paar Clips gesehen bei TikTok zu, da hat Roos aus meiner Wahrnehmung, zumindest das, was ich mitbekommen habe, übelst die Clownsnase aufgehabt, okay? ...momentan einfach gar nicht mehr funktioniert und er hat auch auf dieses Video von Beelash reagiert, am Anfang zeigen sie halt quasi diese Aufnahme in dem Schnittprogramm und Mock ruft einfach bei Roos an, Mock auch einfach... Mock, der Flassensammler, Digga! ...und macht das so... Es muss doch... Wo ist denn diese Originalspur von dem Video? Die ist leer, also in dem... Aber ich freue mich ja besser aufs Splash auf meine Freunde. In dem, in dem, was man hier sieht, ist es ja leer, es ist kein Signal. Anleeren. Ja, genau. Krass. Also das Ding, das Ding ist so, die zweite Spur unter dem Video, ja? Die sozusagen übereinstimmen mit den Headstellen, so, ja, ey, die sollen jetzt einfach mal vergrößern, guck dir das mal an. Sogar von hier, ich habe Bildschirmfoto gemacht, so, man sieht so, dass die beiden Spuren gar nicht übereinander sitzen. Vor allem, was soll da nicht übereinander sitzen, Bruder? Also die erste Spur ist ja leer, da ist ja gar kein Ton. Hä? Da kann ja gar nichts übereinander sitzen, wenn es leer ist. Ja, Bro, wenn du was bei... Also auf Pornhub ist Teen der meistgesuchte Begriff, warum? Ja, gute Frage. Also jetzt, also ich glaube, man, also steht jetzt eher auf, auf jüngere, also in dem Sinne schon so 18, ne? Also ich hoffe einfach mal, dass bei Pornhub Teen sind ja eigentlich 18 halt. Ähm... Ja, einfach halt so jünger, also ich weiß nicht, gute Frage, ne? Luna Blue, dankeschön für den, äh, für den, äh, Dingsub. Also bei mir war es bisher nicht so, also... Ich gucke jetzt generell keine Pornos, ich habe echt überlegt, warum, warum man das macht. Teen ist 18 bis 22, ja, so, weiß nicht, generell, so unerfahren, unreif vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm... Gute Frage, ich weiß nicht. Ah, ich guck, guck, also... Ich, ich finde es halt generell schwierig, aber anderen sowas zu erklären, wenn man darauf selber nicht steht. Ich weiß ja so, mir ist das Alter der Frau egal, solange die volljährig ist, solange die einfach gut aussieht. Also ich weiß nicht, ähm, der, ich hatte auch schon was mit irgendwie 25-Jährigen oder 28-Jährigen, die halt, weiß nicht, tausendmal besser aussahen als, na gut, irgendeine 18-Jährige. Ja gut, es gibt wahrscheinlich auch welche, die gut aussehen. Ich sag mal, der Traum von uns allen ist halt Ariana Grande, ne? Ich denke mal, da, ähm, sind wir uns alle einig, ne? WhatsApp per Videocall aufnimmst, also per Bildschirmaufnahme, dann wird der Ton immer stumm geschaltet, weil das rechtlich nicht erlaubt ist. Natürlich ist die Audiospur gemutet, weil der nichts aufgenommen hat. Vor allem seit wann kann sich Mock eigentlich ein Handy leisten? Vor allem hab ich deswegen bedroht, ne? Er hat gestern geschrieben, so, ja, ja, bla, bla, bla. Er hat mir erst mal der Rufmode begangen in seiner Story und hat dann irgendwie noch geschrieben, so, ja, so ein paar, so ein paar kleine Leute kümmern sich jetzt um dich. Alles klar, Bruder. Übrigens. Ich verstehe nicht persönlich, aber es gibt Tracks, die ich in meiner Playlist habe und auch wenn viele Leute sich immer über dich lustig gemacht haben, ich feiere dich immer noch, Digga. ...laut der Aussage von mehreren Leuten jetzt erst mal untergetaucht sein und auch das Land verlassen haben. Was? ... soll übrigens laut der Aussage von mehreren Leuten jetzt erst mal untergetaucht sein und auch das Land verlassen... Aber jetzt doch irgendwie nicht, ne? Er hat wieder eine Story gemacht oder so. ... haben. Komplett verständlich, weil er, 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 es gibt einfach nichts mehr, womit man das verteidigen könnte. Richtig. Ich denke, das hat Kuchen ganz gut zusammengefasst gerade. Es gibt nichts, was man, wie man das verteidigen könnte, dieses Verhalten. Gibt es nicht. Gibt's. Vor allem, ich will jetzt auch nichts sagen, ne? Ich weiß gar nicht, gibt's den noch, Alter, bei Program? Es gab auf jeden Fall mal ein Account von Tanzverbot. Ich weiß nicht, ob's den noch gibt. Der hat voll viele... Ist das der richtige? Ja, der Herr Mismar, wenn ihr bei Program seid, auf, also Program-User-Tanzverbot machen, der hat früher voll viele so Jailbait, heißt das. Äh, also Frauen, die quasi volljährig sind, oder auch nicht, also ich hoffe, dass die volljährig sind, die aber halt super jung aussehen. Davon hat er mal richtig viele hochgeladen früher. Ich weiß nicht, ob's die noch gibt. Der hat so, ach ja, aber ist aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Also, so sechs, so zwei, sechzehn war das. War er überhaupt schon selber 18? Ich weiß nicht, aber, ja, 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 ja. Das ist einfach nicht. Und, äh, dass, dass Ruth seinen Bruder verteidigt, ich will Ruth da jetzt nicht zu selbst fronten, ich kenn ihn nicht persönlich, bla, 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 bla. Aber ich kann es in einer gewissen Art und Weise schon nachvollziehen, dass, wenn sogar der, geh ich mal von aus, der eigene Bruder zu einem sagt, dass es nicht wahr ist, dass das Lügen sind, und, 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 und. Dass man zu seinem Fleisch und Blut, zu seinem Bruder hält, egal, was der Schlimmes gemacht hat und da auch vielleicht die rosa-rote Brille auf hat und den Fakten und der Wahrheit vielleicht nicht ins Auge schauen möchte, die es dann gibt. Das ist in einer gewissen Art und Weise für mich noch nachvollziehbar, denn das ist einfach sein Bruder. Ja, ich habe auch schon zu Menschen in meinem Leben gehalten, natürlich nicht wegen Pädophilie oder so eine Scheiße, aber ich habe auch schon im Leben zu Menschen gehalten, die ganz offensichtlich Scheiße gemacht haben und der Fehler ganz offensichtlich war, beziehungsweise der Scheiße, den sie gemacht haben und man hat trotzdem sich da dran geklammert, weil es halt einfach jemand war, der einem extremst wichtig war und wenn man sich dann die Schuld eingesteht oder sagt, okay, du bist schuldig, dann ist im Umkehrschluss aber auch klar, dass man sich von dieser Person distanzieren muss und nie wieder was im Grunde mit der zu tun haben sollte und das ist in dem Fall ja bei Ruth genauso. Also, wie könnte er, wenn es sich als Wahrheit herausstellt, dass sein Bruder eventuell wirklich da eine Zweijährige für seine sexuellen Triebe, dann kann er sich theoretisch gesehen in Zukunft nie wieder mit seinem Bruder sehen lassen, versteht ihr? Einige Leute haben auch So ein Wichser, Alter, wirklich. Er hat gesagt, dass das einfach nur Dirty Talk ist, im Sinne von so, er will einfach Grenzen überschreiten, damit er dann von der Frau beleidigt wird, als sein Fetisch quasi runtergemacht zu werden. Selbst wenn das so wäre, ändert das halt nichts daran, dass Kinder überhaupt nichts mit irgendwelchen... Ja, also, äh, da stimme ich Montau auf jeden Fall zu, ich kann Ruth halt verstehen, ne, irgendwo safe, also, egal ob man jetzt, äh, Ruth als Person mag oder nicht, es ist halt wirklich eine Kacksituation, wenn, wenn es solche Vorwürfe zu deinem Bruder gibt und natürlich sagst du da nicht einfach so, ja, ich werfe den halt weg, sondern natürlich stehst du hinter ihm, solange es geht und versuchst das runterzuspielen, ihn zu unterstützen, safe. Ist natürlich aber gerade bei dem Thema halt sehr, sehr, sehr schwierig, ne, weil ich hab ja auch vorher schon gesagt, also, du kannst es halt nicht verteidigen, so, ne, also, es geht halt nicht, ähm, ist halt echt eine Kacksituation, aber ich kann Ruth da, ähm, auf jeden Fall verstehen, ne, dass er dann natürlich irgendwo hinter ihm steht, äh, man sollte aber natürlich trotzdem auch sein eigenes Gesicht wahren, ne, weil ich sag mal, äh, sowas runterzuspielen und zu verteidigen, macht dich halt irgendwo auch zum Mittäter, sag ich mal, ne, jetzt vielleicht nicht strafrechtlich, aber so allgemein, du verteidigst dann halt, wenn es denn rauskommt, dass es echt ist, so eine Person. ...sexuellen Handlungen zu tun haben sollten, wenn das jetzt ein Satz gewesen wäre, dann könnte man vielleicht noch drüber diskutieren, das zu sagen. Dann wäre es schon grenzwertig und man würde sich denken, alter, Digga, geht's noch? Aber man könnte dann so sagen, ja, tut mir leid, ich weiß, was Kuchen damit anspielen möchte, ja. Aber Bro, das ist eine Elf-Minuten-Aufnahme gewesen. Er wollte ja sogar das zweijährige Kind vor der Kamera sehen und selbst wenn es ihm nur darum geht, dass er fertig gemacht wird, Bro, Kinder, selbst wenn es nur Dirty Talk ist und die Person nicht mal echt wäre, also die Nichte, wäre es vollkommen egal, weil das geht nicht. Ich glaube, es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich von einer Frau runter machen zu lassen, ohne dass man Kinder involvieren muss. Gerade im Blickpunkt darauf, dass diese Aufnahme... Ja, vor allem, hier müssen wir überlegen, also er hat sich ja wahrscheinlich vor der Kamera runter geholt und wollte dann, dass die Nichte mit vor die Kamera geht und wollte mit ihr reden. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, also... Was es ja anscheinend doch echt ist, ist das Statement, was die Nanjee dazu gemacht hatte, wirklich absolut lächerlich. Ich meine, wir schauen einfach mal rein. Am Anfang zeigt er zum Beispiel folgenden Beschluss. So, das ist ein Beschluss vom Landgericht, also kein Brief von meinem Anwalt. Die man rufen. Vom Landgericht, also wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Spaß mehr. Es wurde ein Ordnungsgeld verhängt, weil die besagte Person offenkundig lügt, Fake-Interviews macht und Lügen verbreitet. Ja, okay, du zeigst halt irgendeinen Beschluss, wo jemand... Also ziemlich schlecht, wie man mich gesprochen hat, aber Ruth mag mich generell auch vorher schon nicht. Aber um welche Aussage es geht, also was genau denn jetzt falsch gewesen ist, sagst du einfach gar nicht. Dann geh doch mal richtig darauf ein und sag uns, was für ein Beschluss das ist. Was genau darf man denn nicht über dich sagen? Wo war denn der Fehler? Ich meine, das könnte wirklich alles sein. Vielleicht hat das gar nichts mit diesem Fall zu tun, wir wissen es einfach gar nicht. Wie bitte? Hast du mich gerade gerufen? Ja, bist du ja nicht ans Handy gegangen? Aber vielen Dank, ey, Timo, das rechne ich wirklich hoch an. Leute, das ist Timo, der ist der beste Freund, der war. Guck mal, damit ich die Reaction nicht abbrechen muss, hat er mir Getränke gebracht. Dankeschön, Mann. Oh, gerne. Wammtex, Dankeschön für 5000 Bits, vielen lieben Dank. Grüße gehen auf jeden Fall raus, wäre auch mehr gegangen, aber okay, danke sehr. Damit hast du dann quasi wieder Warcraft 3 bezahlt, dann kann ich dir das nächste Spiel auch wieder kaufen. Und ja, die 200 Bits von MC Imbissbude fallen jetzt natürlich irgendwie über den Tisch, wenn ich vorher 5000 kriege, aber Dankeschön. I love a Vice, Bro. Auch die nächste Aussage ist echt bescheuert. Wer will wirklich Kinderschutz oder Kinderschützen? Geht es wirklich um Kinderschutz? Also wenn es hier um Kinderschutz geht, warum verbreitet man Nacktvideos von mir, was ganz junge Menschen im Internet sehen können? Also ich muss gestehen, ich habe das Statement gesehen, also ich hatte mir das Statement angeguckt und muss sagen, ich habe und ich gucke jetzt auch nicht in den Chat, weil ich jetzt einfach meine Meinung sage, ohne dass ihr mich bestätigt oder nicht. Und werde auch nicht von KuchenTV jetzt mir die Meinung dazu anhören. Ich habe nicht verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Wie kannst du denn von Kinderschutz reden, wenn von dir Videos im Internet veröffentlicht werden und dann zu sagen, das hat doch nichts mit Kinderschutz zu tun, dass von mir Nacktvideos im Internet veröffentlicht werden. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist doch aus meiner Wahrnehmung nur Mittel zum Zweck, um von der eigentlichen Thematik sich abzulenken oder abzulenken und sich in die Opferrolle zu stellen. Oder sehe ich da irgendeinen Punkt nicht, den also... Geht es also hier wirklich um Kinderschutz? Er versucht die halt einfach und das macht er mehrmals... Ungefummelt, danke schön, viel 248. ...eine Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also diese Aufnahmen sind vielleicht nicht... Aber euch geht es doch sowieso nicht um den Kinderschutz. Also, diese Aussage von ihm ist so dumm, dass ich... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da jetzt vernünftig darauf eingehen soll. Also erstmal, nicht jeder, der dich dafür kritisiert, verbreitet ja auch diese Videos von dir. Das ist schon mal das Erste. Und selbst wenn das so wäre, dürfte man dich doch trotzdem dafür kritisieren. Es ist doch ein Unterschied, ob du elf Minuten lang in einem Videocall über sexuelle Handlungen mit einer Zweijährigen sprichst... ...oder ob jemand ein Video von dir verbreitet, wo du dir einen runterholst. Genauso das hier. Ja, es ist halt... Also wir haben ja auf dieses Synology-Statement auch selber reagiert. Es ist halt... Es ist halt einfach absolut manipulativ. Er versucht halt, sich in die Opferrolle zu packen. So, damit die Leute dann sagen, oh stimmt, Alter, dir wurde echt unrecht getan, ne? Also, ja, natürlich ist es doof, Nacktbilder oder generell Nacktvideos irgendwie im Internet zu verbreiten. Auf Twitter oder ähnlichen Seiten, weil ja, an sich hat er recht, das können dann auch Minderjährige sehen. Safe stimme ich hinzu, aber das ist ja auch in keiner Relation zueinander. So, ja, das zu verbreiten kann man auch kritisieren. Das kann man auch aus acht anderen Punkten noch kritisieren. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass du da irgendwelche sexuellen Handlungen an einer Zweijährigen in dem Gespräch hier dir vorstellst, falls die Aufnahmen echt sind. Ja, und es gibt Sachen, wo der Anwalt zum Beispiel sagt, ey, dazu darfst du dich äußern, dazu darfst du dich nicht äußern. Ich kann halt nicht in die Materie komplett reingehen und zu allem irgendwas sagen. Ja, weil es läuft aktuell ein Verfahren. Also, inwiefern darfst du dich denn gar nicht dazu äußern? Ja, okay, es ist ein laufendes Verfahren. Du könntest doch aber trotzdem sagen, hey, die Aufnahmen sind gar nicht so, das ist zusammengeschnitten oder sonst irgendwas. Man merkt halt deutlich während dem gesamten Statement, dass er nicht zu diesen pädophilen Verwürfen sagen möchte. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass die ja höchstwahrscheinlich echt sind, dann kann man sich auch schon denken, warum er das Thema nur so ganz oberflächlich so ein bisschen behandeln möchte. Ich will nicht sagen, dass er besser dabei weggekommen wäre, wenn bei dieser Aufnahme, wenn es, glaube ich, eine 16-, 17-Jährige gegangen wäre oder 15 oder 14. Es wäre genauso widerwärtig, wenn er dann eine 13-, 12-Jährige, 14-Jährige, aber also beides. Ist doch geil. 16, 15, 14, 12, 12. Das hätte mich angewidert, aber zwei Jahre, Diggi, das ist noch ein Baby, die kann ein paar Schritte gehen oder ein paar, versteht ihr? Das ist einfach, unabhängig davon, ob es jetzt wahr ist oder nicht, das mag ich jetzt hier nicht beurteilen, aber einfach widerwärtig, abartig. Ich habe mal gerade so überlegt, so meine Schwester, als sie zwei war, von Freunden oder Brüdern von mir, Kinder, die so zwei sind. Und das ist einfach das. Wenn man sich das dann nochmal so kurz vorstellt, was das für süße Wesen sind und wie niedlich die sind und was für eine gute Zeit man mit denen haben kann, mit so kleinen Kindern, wenn man mit denen irgendwelche Aktivitäten hat, irgendwo draußen, Spielplatz. Ne, meine ich habe ja auch zu 1920 geklappt. Also ich finde generell Dirty Talk einfach komisch, keine Ahnung, ich fühle das gar nicht. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fühle das komisch. Einfach nur spazieren oder Tiere füttern oder whatever. Mit Kindern natürlich nochmal deutlich mehr, aber selbst wenn du es jetzt mit einer wachsenden Person, keine Ahnung, von mir aus 30 oder so, machst du halt so Dirty Talk einfach über Snapchat oder hier telefoniert. Ich weiß nicht, Digga, es ist irgendwie, es ist nicht geil irgendwie, ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist einfach, äh... Rollenspiele schon, aber nur, wenn sie die man hier ist. Auf der Widerlichkeitsskala ganz, ganz oben, Digga. Ich kann mir auch keine deutschen Pornos angucken, sag ich euch ganz ehrlich, Digga, deutsche Pornos werden immer gemutet. Es geht nicht, es ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es klingt immer dumm. Völlig widerwärtig, Digga. Genauso auch das hier. Wenn es so ist, wie es dargestellt wird, wie man mich versucht darzustellen, geh doch zur Polizei. Warum werde ich nicht angezeigt? Warum wird es, warum gibt es kein Verfahren gegen mich? Ja, also lustigerweise hat die Polizei... Aber hat sie ja nicht eben gesagt, er kann nicht zu allem etwas sagen wegen laufender Ermittlung? Die Polizei jetzt tatsächlich bestätigt, dass es ein Verfahren gibt und die Mutter der Nichte wurde wohl auch schon angeschrieben, dass das Ganze vor Gericht gehen wird. Das habe ich allerdings nur im Internet gefunden, von mehreren Leuten auch unabhängig voneinander, die das gepostet haben. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass die Polizei hier ermittelt, ist tatsächlich ein Fakt. Also, ja, tut mir leid, Bro, die Aussage ist jetzt nicht so gut geeilt hat auf jeden Fall. Aber mit am besten ist eigentlich diese Aussage hier von Sinan. Ich habe was Schlimmes angeblich getan, geh doch zur Polizei. Warum sitze ich noch in Freiheit? Also, nur mal so nebenbei. Als Bushidos Frau mit den Zwillingen schwanger gewesen sind, ist Sina mal irgendwie da vor die Tür gegangen und hat da Stress gemacht. Das hat Bushido auch gestern in dem Stream erzählt. Ich meine, wenn Bushido irgendwas gemacht hat, warum bist du da nicht zur Polizei gegangen? Oder warum hast du mit Leuten wie Manuel Elsen und so weiter gechillt, die ja auch nie zur Polizei gehen, sondern immer alles mit Ansagen, Bedrohungen und sonst irgendwas klären? Also, du und deine Leute, ihr seid doch die Letzten, die selbst, wenn jemand eine Straftat begangen hat, wie zum Beispiel Beleidigung oder whatever, zur Polizei gehen. Aber erwartest du das jetzt von anderen oder was? Was ist das denn für eine komische Doppelmoral? Du wärst doch auch der Letzte, der zur Polizei gehen würde, oder nicht? Die Frau, mit der Sinan übrigens dieses Gespräch hatte, hat sich in einem Statement auch nochmal gemeldet. Und die sagt unter anderem auch das hier. Dass man behauptet, ich hätte sie ihm regelmäßig in die Kamera gehalten, stimmt nicht. Er hat sie, wie gesagt, einmal durch einen blöden Zufall gesehen und hat sie danach nicht mehr wieder gesehen. Er hat aber ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt, Neigungen gezeigt, öfters nach ihr gefragt, was ich sehr auffällig fand und weshalb ich dann angefangen habe, das zu dokumentieren, um halt Beweise zu sammeln. Er war sehr respektlos, hat mich sehr oft angeschrien, weshalb ich auch nichts mehr dazu sagen konnte und sagen wollte, weil ich bin nicht für sein Verhalten verantwortlich, für seine Neigungen verantwortlich. Ob das Ganze jetzt so stimmt, also dass er öfter nachgefragt hat und so, das wissen wir jetzt natürlich nicht, kann aber natürlich ganz gut sein. Tja, was kann man abschließend dazu sagen? Ich persönlich finde das halt super schwer, weil natürlich sollte man keinen Vorverurteilen. Und es sieht natürlich auch immer noch die Unschuldsvermutung. Es sieht für Sinan aber wirklich hier überhaupt nicht gut aus. Sollte es tatsächlich stimmen, dass diese Aufnahmen echt sind, dann also erstmal kannst du deine Karriere komplett beenden. Und dann bitte, Bro, such dir auf jeden Fall Hilfe und halte dich von Kindern fern. Auf jeden Fall, also das wirklich auf jeden Fall bitte, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, Sinan ist wahrscheinlich jetzt irgendwie erstmal untergetaucht und hofft wahrscheinlich, dass das Thema in den nächsten... Gerade in der Öffentlichkeit, die durch mediale Reichweite ihr Geld... Beweise sammeln den eigenen Freund beim mhmhmhm Film schon weird. Ja, safe. Also jetzt nur, wenn er jetzt ein Video schickt, wo er sich selbst befriedigt, das zu filmen und zu verbreiten, habe ich ja schon gesagt, geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Aber alles, was mit der Nichte zu tun hat, safe. Hundertprozentig. Also... Dien, jemand, der nachweislich dann auch sich an Kindern vergangen hat, sexuell, egal ob nur durch einen Videocall oder ähnliches. Diesen Leuten sollte man in keinster Art und Weise in Zukunft Plattformen bieten. Ich gehe sogar so weit, dass, und das kannst du natürlich bei Personen des öffentlichen Lebens eigentlich ganz gut, dass die, und damit mache ich keinen Zinkermove, ich rede für allgemein und nicht über Sinan, sondern allgemein, wenn nachweislich bewiesen worden ist, und das ist dann in dem Fall wahrscheinlich mit einem richterlichen Urteil beispielsweise, und natürlich gibt es auch in solchen Fällen immer mal wieder Fehlurteile, das versteht mich nicht falsch, ähm, aber reden wir jetzt einfach mal von einem gut funktionierenden Rechtssystem, wo Männer verurteilt werden wegen, äh, Männer aus der Öffentlichkeit auch, wegen Missbrauch von Schutzbefohlenen oder Kindern oder Minderjährigen, 13-Teenies oder so, dann sollte man denen auch die Kanäle auf jeglichen Plattformen dicht machen. Denn diese Kanäle dienen oftmals dazu, überhaupt sich zu connecten mit Kindern und ähnliches. Also aus meiner Wahrnehmung haben solche Leute ihr Anrecht dann verloren, im Internet noch eine Plattform zu bekommen. Ja, wäre ich immer gegencanceln, aber er hat schon einen Punkt auf jeden Fall, safe, ne, wenn das jetzt, dann kann ich dafür genutzt werden, ne, ich meine, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon öfter von irgendwelchen Influencern, die dann irgendwelche Minderjährigen irgendwie da auch dazu gebracht haben, irgendwelche Fotos zu schicken und so, ne. ... oder sowas wieder abflacht, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vor allem Roos tut mir hier halt wirklich auch so ein bisschen leid, obwohl, ne, tut mir nicht leid, Digga, schnell das raus, scheiß auf den. Was sagt ihr dazu, wie das Ganze weitergehen wird? Ja, mir tut Roos schon ein bisschen leid, ich kenne ihn nicht und ich, das ist mir auch am Ende des Tages. Mein Team hat mir das geschickt, am Ende auch so. Ey, ich find das mega geil, soll ich das wirklich rausschneiden? Weil, also es stand auch gar nicht im Script, weißt du, aber ich hab mir echt so überlegt. Also an sich, natürlich tut er mir nicht leid, ne, wenn solche Vorwürfe irgendwie über den Bruder draußen sind und so. Safe ist eine belastende Situation, ist kacke, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, also Roos, wie er Sinan verteidigt, wie er gegen andere schießt, wie er Leute die ganze Zeit irgendwie fertig machen möchte und so weiter. Ja, weiß ich nicht, da denk ich mir dann wieder schon so, ja Bro, dann hast du halt Pech. So. Der Tag ist vollkommen egal, aber unabhängig davon, Digga, ist es natürlich keine schlimme Situation, wenn dein eigenes Fleisch und Blut deinem Bruder wegen so etwas beschuldigt wird und es in dem Fall auch sehr schlecht für ihn aussieht. Der Bruder, ein Leben ist hart. Wenn wir zu Sinan-Zieh nochmal zurückkommen und wieder streamen und andere Sachen machen, schreibt das jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns, bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ja, gutes Video vom Frauenliebhaber. Ach Digga, das eine Mal mit Anna, mein Gott. Ja, gute Reaction, gutes Video auch vom Kuchen, muss man sagen. Ja, nice.